Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Mario Party. So, jetzt würfeln. Eine 4. Zu Beginn erstmal besser als das letzte Mal. Knockout, was war das? Das war dieses lustige Spiel mit, ähm, da im Himmel, wo man die Leute runterschlagen musste. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Los geht's. Und ich bin... gestorben. Nein, nein! Aber ich bin sehr weit hinten. Ah, da falle ich die ganze Zeit runter. Wow! Habe ich jemanden getötet? Nein! Ah, ich hab's oft aufspringen, das Band. Ist jemand tot? Nein! Hier, Mario, ich bring dich um. Ich bring dich um die Ecke. Ich bin gerade wirklich der letzte Platz. Nein! Okay, immer gut aufpassen. Ah, ich bin so hart am Verlieren hier. Ich weiß gar nicht, was die Spiele einbaut. Ich weiß gar nicht mal, wodurch man hier in dem Spiel gewinnt. Ob man hier eigentlich, äh, Dingens, ähm, ob man hier die kleinen Minispiele alle gewinnen muss. Oder ob man da mit diesem Würfeln aufs letzte Feld kommen muss. Oder ob das irgendwie zusammengezählt wird, die ganzen Kriterien. Ich bin wenigstens nicht der Letzte. Ich bin wenigstens nicht der Letzte. So, jetzt Würfelglück. Eine Fünf! So, welches Spiel ist da als nächstes dran? Es wird gespielt One in the Chamber. Worum geht's hier? Ah, kämpfen. Daran bin ich ja gar nicht gut. Ich hab ein Pfeil. Wow. Ich hab jemanden getötet. Ich bin ein Mörder. Nein! Ich hab den Typen umgebracht. Einfach abgemurken. Und wieder wurde ich abgemurkscht. Tot ist er. Tot bin ich. Schade. Ja, den hätte ich erwischen können. Haha. Ich bin immer noch schlecht hier. Ich hab einen Rekord. So, Würfelglück. Eine Sechs. Darf ich dann nochmal würfeln? Nein? Schade. Es wird gespielt. Gun Game. Was ist denn jetzt das Gun Game? Ich weiß hier, Laser Tag hatten wir in der letzten Folge. Bekommen wir hier einfach nur einen Bogen. Schade. Wow. Achso. Man bekommt dann bessere Sachen. Wenn man jemanden getötet hat. Okay. Ich hab immer noch das Goldschwert, weil ich noch niemanden abgemurkscht hab. Immer noch Goldschwert. Wer hat schon einen Bogen. Und das Spiel ist schon vorbei. So, jetzt Würfelglück. Eine Fünf. Und ich bin auch nicht der Letzte. Ich bin auf Platz Fünf. Was wird denn gespielt? Laser Tag. Letztes Mal hat ja Mario seine Prinzessin umgebracht. Oh, ich wurde erwischt. Ah. Ah. Direkt wieder erwischt. Okay. Ich werde hier immer besser. Und bin trotzdem gerade der Letzte Platz. Okay. Hier. Den Tod. Den bringe ich um. Ja, das war wirklich Tod. Ja, jetzt bin ich Tod. Platz 11. Okay, Platz 9. Ich will doch nur jemand töten. Ja, ein Rekord. Ich bin jetzt wenigstens nicht der Letzte. Nicht der Letzte. Würfeln. Eine Fünf. Ich bin auf Platz Vier. Ampel rennen. Worum geht's da? Muss man dann da stehen bleiben? Wenn die Ampel rot wird. Und wenn man... Man ist draußen, wenn man dann immer noch läuft. Vermutlich. Okay, ist es noch grün? Okay. Man wird zurückgeschossen werden. Ja, ich laufe immer zu früh schon wieder los. Ich bin ganz schön. Ganz allein. Oh, eine Zwei. Wow. Wie spektakulär. Da lasse ich mir dieses Mal Zeit. Da lasse ich mir dieses Mal Zeit. Es geht nicht unbedingt darum, der Schnellste zu sein. Es geht darum, zu überleben. So, hier. Okay. Ich lebe noch. Ich glaube, die Prismarinenblöcke, ähm, oder heißen die Seelaternen, keine Ahnung, gehen nach einer Zeit kaputt. Deshalb bin ich jetzt hier lieber etwas vorsichtiger und versuche, die Blöcke zu meiden. Nein. 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 Ja, okay. Ich lebe noch. So. Und ich bin tot. Nein. Ich habe jetzt noch eins gewürfelt. Am Anfang hatte ich ja ein bisschen Würfelglück, aber jetzt... Und was macht das Bowserfeld? Zwei Felder zurück. Wie heißt das Spiel? Was? Wo bin ich hier überhaupt? Ah. Warum geht's? Achso, ich habe wieder einen Spielernamen mit einem Spiel verwechselt. Glaube ich. Ja. Mein typischer Fehler. Ich habe wieder versagt. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like dann lassen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Crafter. Bis zum nächsten Mal.